hallo ich möchte euch heute wieder einen kukri vorstellen und zwar den champion einen leichten führigen kukri und ich möchte jetzt mal ein paar schneidetests mitmachen ich habe ja die letzten tage einen vorgestellt dieser ist ungefähr 200 gramm leichter und die klinge ist ungefähr einen zentimeter schmäler dieses kukri hat einen horngriff im gegensatz zu dem anderen der einen saalholzgriff hatte diesen durchbruch hier in der klinge nennt man das augeschiebers und es soll dem führer des kukris im kampf beistehen soll ihm kraft geben die klingenrücke ist ein zentimeter stark die klingenlänge 26 zentimeter und die klingen breiter an der breitesten stelle an der breitesten stelle vier zentimeter so dann wollen wir mal ein bisschen was tun klinge 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 Kuck, 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 Kuck. Kuck, Kuck. 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 Arbeiten durchzuführen. Arbeiten durchzuführen. Ja Leute, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Durch das 200 Gramm leichtere Gewicht lässt sich dieser Kukri auch besser führen. Der Jane Pure Kukri mit Horngriff. Ein sehr führiges Messer für alle Gelegenheiten. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.